Konnichiwa! Hallo Nick, zu einem neuen Video. Heute mit der Mayu wieder dabei. Wie geht's dir heute, Mayu, eigentlich? Geht's dir ganz gut? Ja, geht so. Wie geht so? Nicht alles okay bei dir? Was denn? Was los? Nichts. Nichts ist los, meine Frau. Standard ist nicht geht so. Standard ist einfach so, der Flow fließt so, sagst du geht so, alles okay. Heute sprechen wir über ein Thema, was sich gewünscht worden ist in den Kommentaren. Und zwar, über was reden wir heute? Was ich gedacht habe. Was ich gedacht habe? Ja, wann denn? Ich habe zum Beispiel... Vor einer Stunde... Was du wann gedacht hast? Bevor wir zusammengekommen sind, oder? Mhm. Also es wurde sich gewünscht. Also bevor es bei uns nicht gefunkt hat. Bevor es nicht gefunkt hat, sagst du? Nicht. Bevor es gefunkt hat, oder nicht? Bevor es gefunkt hat. Gefunkt hat. Ja, du hast gesagt, bevor es nicht gefunkt hat. Ja. Genau. Also die Geschichte, wer es nicht kennt... Also bei dir gefunkt hat. Achso, bei dir hat es ja bis heute nicht gefunkt. Stimmt, habe ich vergessen. Ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns im Deutschkurs kennengelernt und wir haben dann so ein bisschen gedatet. Beziehungsweise waren wir, ich weiß nicht, drei, vier Mal, glaube ich, mittags in der Uni essen. Ne? Mehr, oder? Oder mehr. Wir waren oft essen. Wir hatten ein Date dann in einem Restaurant. Ich konnte nicht ablehnen, weil ich Japaner bin. Wolltest du ablehnen? Ja, ich wollte schon mit meinen Freundinnen Mittagessen. Ja, also du hattest so einen festen Tag, mit dem du immer Mittagessen warst. Ja, also Montag mit dem, Dienstag mit dem, Mittwoch mit dem. Und dann bin ich gekommen und habe mich erdreistet, dich zu fragen, ob du am Montag Zeit hast, so ungefähr. Und dann hast du gedacht, ach nee, eigentlich habe ich gar keinen Bock mit dem zu gehen, aber ich gehe trotzdem. Oder wie war das? Na, er ist nicht immer da, habe ich gedacht. Einmal, ja, kann man machen, hatte ich gedacht. Aber wie war das denn, als du, also ich bin ja in den Unterricht reingekommen das erste Mal, als Learning Assistant und habe mich vorgestellt. Und du hast eine Frage gestellt, glaube ich ja sogar an mich. Nicht an mich, an dich. Nicht an mich. An allen. An alle, ah ok. An alle. Aber du hast eine Frage gestellt. Also drei waren. Genau, wir waren drei Learning Assistants sozusagen in dem Unterricht, wo Mayu war. Und was hast du gedacht, als ich reingekommen bin sozusagen? Hast du gedacht, hm, ja, so ein normaler, hm, keine Haare? Weißt du noch, was du gedacht hast über mich? Ich habe gedacht, er sie, also du, ne? Du siehst wie ein Freund von mir aus. Stimmt, stimmt. Wie ein Freund, den du hattest in der Uni, ne? Dem hast du auch geschrieben, ey, meine Klasse ist jetzt so ein Typ, der sieht so aus. Ja, und ich habe so heimlich ein Foto gemacht. Von mir, ne? Von Kevin, ja. Guck mal. Und ich wusste gar nichts davon. Guck mal. Da hast du ja einem Freund geschrieben, ne? Der sieht so aus wie du, oder so, hast du geschrieben. Ok, und dann habe ich dich ja, also wir haben ja, ich war ja immer in deiner Gruppe im Unterricht. Ja. Ja. Also wir hatten fünf Gruppe, ne? Ja. Fünf oder so. Fünf, sechs waren das. Dreier oder Vierer. Gruppen. Ja. Und er ist immer zu uns gekommen, beziehungsweise die anderen auch, ne? Ja, es gab noch eine, genau, die auch immer zu deiner Gruppe gekommen ist. Zu uns gekommen. Ja, weil Mayus Gruppe war irgendwie die coolste Gruppe, fand ich. Ne, nicht die coolste, sondern die normalste. Normalste! Heftig ausgeteilt an die anderen. Hier, cut, cut, cut. Wie, cut, cut, cut? Nichts, cut, ja. Nein, nein, nein. Alle, also die da waren, war so heftig Deutsch-Lover, weißt du? Ja, stimmt. Es gab sogar einen, der mochte deutsches Militär irgendwie, ne? Der war total deutsches Krieg und Militär. Und eine, eine war, ich kann schon Deutsch. Ah, genau. Und eine war, ich bin die Beste in Deutsch, ich kann Grammatik und Wörter, ist kein Problem für mich. Aber sie konnte gar nicht so viel. Und am Ende habe ich 100 Punkte gehabt. Ja, am Ende hat Mayu mehr Punkte gehabt. Glauben wir? Glaube ich. Glaube ich. Bestimmt, ja, keine Ahnung. Aber meist Deutsch war besser. Ja, und dann, also ich bin ja mal in die Gruppe gekommen. So. Und irgendwie ist es ja dann gekommen, also wir haben unser Line ausgetauscht. Line ist sowas wie WhatsApp, das ist Messenger. Ja, ja. Wir wollten mit denen, also wir, ich hatte dreier Gruppe. Genau. Und mit denen wollten wir so... Wollten wir in den Freizeitpark gehen. Ja. Genau. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, glaube ich, habe gefragt eben, ja, lass mal unsere Messenger-Details austauschen. Und dann hatte ich Mayus9. Und während ich noch überlegt habe, hm, wie soll ich den jetzt am besten so anschreiben? Ich dachte, das ist ja ein bisschen komisch, wenn wir in der Gruppe sind und dann schreibe ich die einfach so an. Und ich habe nur überlegt, was ich schreiben soll. Hat Mayu mich angeschrieben und hat mich eingeladen sozusagen. Beziehungsweise, ich habe alle... Alle. Alle, die... Allen... In ihrer Liste, ne? Hat sie geschrieben und was hast du geschrieben? Du hast uns eingeladen zu... Also, ich tanze auf dem Unifest. Genau. Kommst du mich besuchen oder... Genau, kommst du mal gucken, hat sie geschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn die Mayu mich extra einlädt... Ich musste Bärbung machen. Ja, dann komme ich einfach mal vorbei und dann war ich am Unifest. Das war nämlich dann direkt Anfang November 2015 war das. Und dann bin ich einfach... 2015? 2015 war das, ja. Dann bin ich einfach mal hingegangen und habe so ein paar Fotos von Mayu gemacht, die ich ihr hinterher auch geschickt habe über den Messenger. Echt? Ja, ich habe dir die Bilder geschickt. Ne? Und habe gesagt, du hast super getanzt, fand ich toll. Und das Kleid steht dir mega... Genau, und es steht dir, sieht mega gut aus. Und das fandst du, glaube ich, toll, ne? Da hast du so gedacht, gerade so... Oh, ja... Nein, nein, ich... Also, mein... Also, genau, man muss so sagen, Mayu hatte eigentlich einen Jungen, den sie mochte, zu dem Zeitpunkt. Und, ne, sie hat sogar, hm, sie hat ein Auge auf ihn geworfen. Geworfen. Ein Auge geworfen. Und er war auch da, um mich zu gucken. Aber... Aber mit meiner Freundin. Mit einer Freundin von Mayu. Also, war jetzt nicht die beste Freundin von Mayu, muss man dazu sagen. Es war halt so eine bekannte Freundin. War er zusammen da. Und... Und sie waren zusammen. Damit war Mayus Traum zerstört. Und ich war fast am Heulen. Und da... Und dann kam der Kevin. Zum Zeitpunkt hat der geschrieben. Hab ich geschrieben. Ohne, dass ich natürlich irgendwas wusste von dieser Vorgeschichte. Ich hatte keine Ahnung, dass Mayu irgendwen gemocht hat. Ich hatte auch keine Ahnung, dass der da war und eine Freundin hat. Und dass Mayu traurig war. Weil, ne... Ich wusste gar nichts. Ich hab einfach geschrieben. Ich fand deinen Tanz toll. Und das hat dich so ein bisschen... So motiviert. Motiviert. Und fandst du ganz toll, dass ich das geschrieben hab? Mhm. Ja. Ohhhh. Ohhhh. Er findet mich toll. Und dann... Wie war das? Dann haben wir ja angefangen, so ein bisschen zu schreiben über Laien. Ne? Was hast du am Anfang gedacht zu meinen Laien-Nachrichten? Die waren ja sehr kurz, würde ich jetzt mal sagen. Mein Scream war voll mit Kevins Texte. Das kann nicht sein. Habe ich so viel geschrieben? Ich fand immer so ätzend. Aber... Ja, Mayu. Er möchte Japanisch lernen. Er möchte Japanisch lernen, deswegen schreibt er so viel. Ich muss dann so mit ihm üben, damit er was lernt. Es hatte nur absolut nichts mit dem Japanisch lernen zu tun, weil ich schreibe immer so viel. Mhm. Also egal, ob ich Japanisch lerne oder nicht. Du hast gedacht, er möchte Japanisch lernen. Okay, er möchte Japanisch lernen. Ich muss auch dann richtiges Japanisch schreiben. Schreiben, ja. Und dann haben wir eben hin und her geschrieben und ich habe mir irgendwann gedacht, oh ja, da kommen die Mayu mal so ein bisschen vielleicht Mittagessen. Und dann haben wir uns irgendwie verabredet zum Mittagessen auf... Also bei der Uni gab es so einen riesen Rasenplatz vor dem... Ja, Hauptgebäude kann man das nicht nennen, aber vor dem... Wenn man durchs Eingangstor kommt, dann gibt es halt so ein großes Gebäude und davor war ein großer Platz und da saßen wir dann und haben zusammen Mittag gegessen. Was hast du denn dann gedacht, als wir so das erste Mal Mittagessen waren? Erinnerst du dich, was du gedacht hast? Hast du gedacht, oh ne, mit dem gehe ich nicht nochmal essen oder... Oder hat es bei dir schon gefunkt? Ich glaube, das hat viel... Also, hat schon Spaß gemacht. Ja, ne? Den Eindruck hatte ich eigentlich auch. Was... Worüber haben wir gesprochen? Worüber wir gesprochen haben, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass du mir Bilder gezeigt hast von deinen Brüdern. Weil du hast ja kleinere Brüder und einen sehr kleinen Bruder und du hast mir Bilder von dem gezeigt, das weiß ich. So, dann hast du gesagt, ach guck mal hier und ich weiß, wir haben darüber gesprochen, ob du an Gott glaubst oder nicht. Ja, da erinnere ich mich. Typischer Kevin. Typischer Kevin. Typischer Kevin, ne? Typischer Kevin, ne? An die Frage erinnere ich mich noch, ich hab mir gefragt, glaubst du an Gott? Und ansonsten, ja, haben wir einfach, glaube ich, schön zusammen gegessen. Also, die Mittagspause war jetzt auch nicht so lang, ne? Wie lang war das? 20 Minuten oder so? Halbe Stunde? Irgendwie sowas. Haben wir einfach ein paar Mal zusammen gegessen. Und dann kam dieser Treffpunkt für den Freizeitpark immer näher. Und, nein, nein, und, du hast, du meintest einmal, dann lass uns mal irgendwann essen gehen. Ja, genau. So richtig ins Restaurant. Also richtig ins Restaurant mal was essen gehen. Aber dann hast du mich ja eingeladen, beziehungsweise... Ja, ich hab, ich hatte Zeit nach dem... Sport, also nach dem Tanzen. Nach dem Tanzen bis zum Friseur. Zum Friseur, genau. Und da hast du gesagt, ja Kevin, wenn du Lust hast, in der Zwischenzeit können wir was essen gehen. Okay. Das haben wir dann auch getan. Wir waren dann in Osaka zusammen was essen an diesem Tag, haben ein paar Bilder gemacht. Und erinnerst du dich noch an irgendwelche Gedanken, die du während dem Treffen hattest? Wie fandst du das Treffen? Das erste... Das war ja im Grunde das erste richtige Date. Ich erinnere mich daran, dass die Kellnerin dir Gabel und... 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 Echt? Da erinnere ich mich nicht dran. Ja, Gabel und... Messer. Messer gegeben. Echt? Hat sie mir gegeben? Ja. Ja. Okay, aber das ist vielleicht nicht das Wichtigste. Und... Ja, das war auch lustig mal. Ja. Und... Du hast mich eingeladen, ne? Ja, also ich hab bezahlt für dich mit, ne? Weil in Japan ist eigentlich so, also in letzter Zeit, es gibt auch, dass der Mann und die Frau bei einem Date beide zahlen, aber eigentlich zahlt der Mann beim Date, ne? Also es gibt, wie gesagt, auch einige Frauen, die sagen, wir wollen das nicht, dass der Mann zahlt, aber ich würde mal sagen, die meisten, die erwarten schon noch so, die japanischen Frauen erwarten so ein bisschen beim Date, dass der Mann bezahlt. So, und das wusste ich irgendwie, weil das hatte ich schon rausbekommen, indem ich mit Jungs in der Uni gesprochen habe. Ja, da habe ich gemerkt, da habe ich gemerkt, gemerkt, also gemerkt hatte ich schon, aber da habe ich so sicher, habe ich mich sicher gefühlt, dass du mich magst oder nicht. Oh so, wusstest du schon, warum, woher wusstest du das? Ja, sonst bezahlt man nicht. Sonst bezahlt man nicht, ja das stimmt eigentlich, sonst bezahlt man nicht, das stimmt. Und dann, das nächste Treffen danach, war eigentlich schon im Freizeitpark und da habe ich dich ja dann gefragt, ob du mit mir gehen willst. Aber was hast du denn gedacht vor diesem, also du hast dann herausgefunden, sage ich mal, dass ich dich ja so ein bisschen mag oder vielleicht auch liebe, mag. Und was hast du denn gedacht? Also ich meine, du kennst ja die japanische Art und Weise, dass man fragt, möchtest du mit mir gehen? Und du hast aber doch auch irgendwie so ein bisschen geguckt im Internet, wie machen denn das die Ausländer normalerweise? Was hast du gefunden? Also ich wusste schon irgendwie, dass wir an dem Tag zusammen kommen. Also an dem Tag, an dem wir im Freizeitpark waren, ja. Und ja. Weil was hast du erwartet? Weil davor haben wir schon abgemacht, das nächste Date. Ja, das stimmt, das stimmt. Wir hatten das nächste Date schon abgemacht, ja. Na? Ja. Und das war schon Illumination. Ja. Also Illumination ist, wie soll man das sagen? Lichtfest. Lichtfest. Also da sind in Japan dann viele Gebäude mit tollen Lichtern. Und also so habe ich das in Deutschland noch nie gesehen, wie es das in Japan gibt. Und ja, deswegen eigentlich nach dem Essen war schon für mich so... Klar, dass wir irgendwie zusammen kommen. Ja. Aber was hast du gedacht, wie wir zusammen kommen? Hättest du erwartet, dass ich dich frage nach japanischer Art? Ja, was hast du denn gedacht? Was hast du dir vorgestellt? Weißt du das noch? Also, ich habe gedacht, Kevin war so, so am Freizeit, im Freizeitpark. Und so und, ne? Hat so ein bisschen, halt so Hand um die Hüfte gelegt. Ja. So richtiger Kevin. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, Ausländer. Oh mein Gott, so ein Ausländer schon wieder. Ausländer. Was macht der Junge denn? Ja. Habe ich gedacht. Ne? Ja. Und ja, okay. Kann nicht mal machen. Habe ich gedacht. Und ich hatte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass du deine Liebe gesteht. Gesteht? In japanischem Stil. Ja. Ja. Und ja, wir waren so nah miteinander. Ja, deswegen für dich war doch zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich richtig erinnere, hast du das mal gesagt, war nicht ganz klar, ob wir jetzt einfach zusammen sind oder nicht. Ja, ob das einfach dadurch, dass ich schon so ein bisschen meine Hand um sie gelegt habe, ob wir dadurch schon irgendwie zusammen sind. Also, ich habe überlegt, wann frage ich dich denn? Ja, du wolltest fragen, ob wir zusammen sind oder nicht. Weil du nicht wusstest, wie der Ausländer macht. Aber ich habe das erste Mal gedacht, mal abwarten. Mal abwarten. Mal abwarten, wie das wird. Ja. Und wir haben so viele tiefe Gespräche gehabt. Ja, das stimmt. Und ja, ich kann ihnen vertrauen, habe ich gedacht. Ansonsten. Ja. Aber du hattest jetzt nicht irgendwie so ein bestimmtes Bild im Kopf, wie ein Ausländer mit einer Frau zusammenkommen. War für mich zum ersten Mal. Ja, deswegen war für dich alles so ein bisschen schwammig. Also, du wusstest nicht genau, sind wir zusammen, sind wir nicht zusammen. Sag ich was oder frage ich was? Ja, ja. Ich wurde schon mal gesagt von einem Australien. Ja. I love you oder I need you oder so. Aber wir waren nicht zusammen. Ja, der hat einfach nur gebaggert. Ja, er hatte Freunde. Er hat einfach gebaggert. Er hat Freunde und ja und sowas halt. Ja. Also, ich wollte ihn nicht haben. Ja, also, war nicht mein Typ. Ja, ja, ja. Aber du, ne? Ich war dein Typ. Du warst... Sofort. Ne. Also, du warst sehr sympathisch und seriös. Ich, ja, wie gesagt, ich konnte dir so schnell vertrauen. Ja. Ja, irgendwie, ne? Es ging schnell bei uns eigentlich. Wenn man so sieht. Das war, ja, im Grunde das zweite Date, wo wir dann gesagt haben, ja, wir möchten uns mehr kennenlernen. Ich sag eigentlich nicht nein. Was soll das denn jetzt heißen? Immer alles aus. Immer alles aus. Wenn, wenn jemand einfach fragt. Weißt du, ne? Also, nicht bei den Männern meine ich, sondern alles generell. Ja. Generell, ne? Ja. Essen und so alles. Achso, deswegen hast du dir immer so gedacht, hm, ja, ich probier mal aus. Ja. Wenn du so ein Assi wärst, dann hätte ich nicht, ne, gemacht, aber du warst sympathisch, ne? Ja. Ja. Und so, ich konnte dir verklauen. Ja. Und dann hast du gesagt, ach ja. Ja, kann man schon machen. Kann man schon machen. Habe ich gedacht. Mal ist so hart, ne? Ja, kann man machen. Ja, das stimmt. Wir haben geheiratet, ja. Ja, das stimmt. Oder sind verheiratet, ja. Oh, so. Oh, so. Oh, so. Ja. Ja, das ist eigentlich so die Geschichte. Und wenn das nicht klappt, kann man immer mal trennen. Mal ist so hart, ne? Habe ich gedacht, ne? Kann man mal trennen, ja. Also, mal für einen Monat oder so. Ja, kann man machen eigentlich. Du meinst so hart, ne? Aber ja, kann ich verstehen, ja. Kann ich verstehen, ja. Ja. Aber es ist uns gut gegangen. Deswegen. Ich habe so schnell gezeigt, was ich wirklich bin oder wie ich wirklich bin. Ja, das stimmt. Mayu hat jetzt nicht... Neko... ...o... 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 Im Japanischen. Und das heißt, dass man in der Beziehung nicht sein wahres Ich zeigt, sondern dem Partner so ein bisschen die guten Seiten zeigt. Und dann, wenn man irgendwann mal vielleicht verheiratet ist oder zusammenzieht, dann lässt man die Katze fallen und zeigt sein wahres Ich. Aber Mayu hat die Katze einfach direkt fallen lassen und hat sie gesagt, ne, ich mach keine Katze mehr. Und ich eigentlich... Ja, doch hatte ich. Ich habe... Ja, am Anfang gibt man sich... Ich habe mir Mühe gegeben, lange Texte zu schreiben. Am Anfang gibt man sich vielleicht so ein bisschen mehr Mühe, würde ich auch sagen. Ich habe mir am Anfang noch ein bisschen mehr Mühe gegeben. Aber im Grunde, ja, war ich auch schon so wie ich bin, sage ich mal eigentlich. Vielleicht, ja, relativ schnell würde ich auch sagen. Habe ich auch Katze weggeworfen. Einfach zack, weg mit Katze. Einfach freck von meinem... Von meiner Schulter. Ja. Ja. Ja, das war es aber eigentlich so, ne. Das war das, was du vielleicht auch so gedacht hast. Also, als du Liebe, deine Liebe gestanden hast. Ja. Also, das war sehr, sehr lang wie deine Texte. Ich habe halt so ein bisschen was Schönes erzählt. Bis dann, ne, was Schönes erzählt habe. Was hast du? Was genau ich erzählt? Er hat alles auf Japanisch gesagt, ne? Ich habe alles versucht auf Japanisch, ja. Ich habe halt, glaube ich, gesagt... Ja? So, manchmal italienisch kam vor, aber... Da lachst du. Auf jeden Fall. Ein Wort auf Italienisch gesagt. Kann sein. Ich erinnere mich nicht. Stratiracca. Stratiracca. Weiß nicht. Stratiracca oder so. Kann sein. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, glaube ich, habe ich so erzählt halt, dass sie in der letzten Zeit so ein großer Teil von meinem Leben geworden ist oder von meinen Gedanken und sowas. So habe ich das ein bisschen eingeleitet irgendwie. Ich habe versucht, das so ein bisschen schön zu erzählen und zu verpacken. Und... Ja, das war ganz gut, oder? Ja, das war ganz gut, oder? Als wir fertig mit dem Gespräch waren... Ja. Hat angefangen. Die Parade. Die Parade, ja. Es gibt in diesem Freizeitpark am Ende mal eine Parade. Und das Timing war einfach perfekt. Ja. Ich hatte das natürlich nicht geplant, weil ich war das erste Mal in meinem Leben in diesem Freizeitpark. Aber irgendwie hat es perfekt gepasst. Und da sieht man auch, man braucht manchmal ein bisschen Glück, manchmal ein bisschen Zufall. Aber ich habe mir auch gedacht so, ich mag die Mayu und man kann das mal versuchen. Ich wusste es ja auch nicht, ob das klappt mit einer Japanerin, ne? Woher soll ich das wissen? Ich war noch nie mit einer Japanerin zusammen. Wie soll ich, ne? Hätte ja auch sein können... Ich wollte... Ich war auch nicht mit Ausländern. Ausländern zusammen. Hätte ja auch sein können, dass das gar nicht klappt bei uns. Dass du sagst, ne, Ausländer ist doch nicht so geil. Oder ich sage, hm, das stimmt irgendwie nicht so. Aber hat geklappt eigentlich bei uns ganz gut, ne? Oder klappt immer noch ganz gut, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, klappt ganz gut. Hat es bei dir denn auch jetzt gefunkt mittlerweile? Nee, noch immer nicht. Du Affe. Ja. Ja, das war im Grunde unsere Geschichte so am Anfang. Dann hat man vielleicht ein bisschen auch mal gehört, was du gedacht hast. Und wir haben es noch ein bisschen genauer erzählt. Ja, vielleicht denken die Leute, dass ich mega assi bin. Warum? Ja, weil ich alles ausprobiert habe und ich habe... Also, ich habe einfach alles lockerer gesehen als Kevin, glaube ich. Ja, das kann sein, ja. Das kann sehr gut sein. Ich habe alles lockerer gesehen. Ja. Also, wenn man falsch macht, kann man immer mal neu, richtig machen. Ja, ja. Ja, das stimmt. Ja. Das sehe ich aber auch so. Also, man muss ausprobieren, um... Um zu wissen... Ja, um zu wissen, ob mir passt oder nicht. Ja, ja, klar, klar. Lippenstift auch. Lippenstift auch. Man muss auch immer ausprobieren. Alles. Jedem muss man ausprobieren. Ob mir passt oder nicht. Ja, das stimmt. Ob mir passt oder nicht. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Deswegen. Also, ne, was soll ich sagen? Das ist unsere Geschichte. Ich finde immer schade, dass man vom Anfang an sagt, ne, das will ich nicht. Ja. Ja. Sondern man muss erst mal reinschauen. Ja, ja, klar. Wie die Dinge ist und so. Ja, es sei denn, man kennt die Dinge schon. Mhm. Dann kann man auch von Anfang an nein sagen. Mhm. Wenn man schon weiß, wie es ist. Ja, aber weiß man nicht bei Menschen. Jeder ist anders. Ne, bei Menschen weiß man das nicht, ne? Das stimmt, ja. Lippenstift auch. Ja, aber du würdest ja nicht zweimal den gleichen kaufen, wenn der einmal scheiße war. Ja, aber deswegen, ich probiere was Neues aus. Ja, ja, du probierst den aus und dann guckst, wie der ist. Ja. Ja. Und wenn der scheiße ist, kaufe ich nicht neu. Ja, ja, klar. Sondern werfe ich weg. Werfe ich weg. Werfe ich weg. Ja. Er kann perfekt Japanisch sprechen. Es ist okay für dich. Hier. Nimm den. Ja. Das war unsere Geschichte, würde ich sagen. So mal am Anfang, was Mayu auch gedacht hat. So einen Anfängen. Eigentlich ganz interessant. Vielleicht konntet ihr aus dem Video was mitnehmen. Hat mega gut geklappt bei mir. Bisher. Bei uns hat bisher sehr gut geklappt, würde ich auch sagen. Sehr gut eigentlich. Und ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr mit irgendjemandem zusammen seid. Nicht aus eurem Land vielleicht, sondern mit einem Ausländer zusammen seid. Ob das auch gut geklappt hat am Anfang. Oder wie das bei euch gelaufen ist. Wenn ihr so einen Kulturunterschied hattet. Und ihr euch gar nicht so sicher wart. Sind wir jetzt zusammen? Sind wir nicht zusammen? Wie läuft das in der Kultur? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Deswegen, falls nicht, dich vielleicht auch. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Ja. Dann würde ich sagen. Und vielen Dank fürs Zusehen. Guckt in die Beschreibung. Guckt in die Beschreibung. Da gibt es Mayus Instagram und Mayus Twitter. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.